Hallo Leute von Internet Vielleicht kennst du mich, ich bin der Nismar Gallmann Aber yes, ich will im Kino, weißt du Ich will auf den Leinwand drauf Ich will den Bretter, den die Welt berührt Und wenn du Schauspieler werden willst Du musst verschiedene Emotionen, weißt du Nicht nur immer lustig Du musst verschiedene Zum Beispiel, traurig Warum hast du den gemacht? Aggressiv Hey! Gibt es jemand, der mich hier guckt, lang? Überraschung Oh, was ist denn hier passiert? Bauchschmerzen Oh, mein Bauch tut so weh Oh, oh Oder ich kenn verschiedene Rollen, zum Beispiel Hallo, ich bin eine Frau Hände hoch, ich bin Überfall Und du musst natürlich perfekt durchsprechen Ein Baum steht in Fußgängerzentrum, bitte Okay, Steven Spielberg, wenn du gesehen hast, hier ist ein neuer Star von der Himmelswelt Ruf mich einfach an, okay? 5 5 5 5 3 8 Ismaigal 7 Ismaigal 7 Okay, Hadi, tschüss Heim, okay Dankeschön Okay, dankeschön Adi tschüss Tschüss Tchüss 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 Vielen Dank.